willkommen zu einer weiteren folge warframe so und wir können jetzt ordentlich weitermachen auf der erde haben eine schöne speziale mission geschafft und jetzt machen wir mal eprime eine auslöschungsmission irgendwie kommt mit der namen bekannt vor na gut kein mission briefing na gut ja So, müssen wir jetzt runter, oder? Ja, wir müssen wo runter. Hm, Grineo, das ist der Tier. Gehen wir eben runter. Ein Shrinky Shrink. Aber wir kriegen auch keine weitere Energiefolie, oder? Warum ist der jetzt ein kühler Punkt? Eigentlich müsste er doch den nächsten roten zeigen. Hä? Du bist noch klar. Keine Detektion von Enemiesensoren. Was? Kommen wir nicht von hier? Nee, stimmt nicht. Toll, kommen wir natürlich nicht hoch. Hä? Das ist mir grad verwirrt. Irgendwo muss es doch hier einen Durchgang geben. Da. Ich geh einfach zu hoch rücken. Ich geh einfach zu hoch rücken. Schöne wieder Vitalität. Schöne wieder Vitalität. Du hast geh einfach zu hoch rücken. Du hast geh in die Geföhne entfernt. so wo ist der letzte m ja 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 juhu die energie kugeln von der strömung werden wir damit ihr wissen das wäre eigentlich noch cool gewesen so noch sieben hier noch zwei die werden wahrscheinlich von den hunden aufgefüttert der schon mal nicht ich dachte wir noch mal nötig kommt man da rein ist aber nicht tolles aber da hinten dürften noch ein paar kisten seien so dann war es das auch wieder für diese folge spitze b danke mich gut soll bis dann mission complete excellent work teno